Das steht hier jetzt nicht drauf, aber ich hatte die im Internet. So Leute, Heimspiel heute. Das war jetzt eine super, super spontane Entscheidung, wie eigentlich die anderen drei Flohmärkte auch. Anderen zwei, heute ist die dritte Folge. Aber ich war gerade Pippi machen und habe dann gedacht, Mensch, heute im Ort, Heimspiel, kannst du dir eigentlich nicht hingehen lassen. Habe aus dem Fenster geguckt, war fantastischer Sonnenschein. Ich hatte auch erst viereinhalb Stunden gepennt, weil der Laden gestern noch lange auf war. Danach haben wir noch einen Podcast aufgenommen. Danach habe ich den noch geschnitten und wie gesagt, viereinhalb Stunden Schlaf. Aber einfach fantastische Sonne und es sieht hier einfach jetzt schon hupevoll aus. Und das ist halt hier bei mir im Ort, wo ich wohne, in Badewick, ein Flohmarkt. Und den werden wir heute mal abchecken. Deswegen, das sieht aber so aus. Also hier, ich weiß nicht, ob wirklich so viele Stände da sind, wie Autos da sind, das wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ey Leute, es ist 7 Uhr morgens und hier ist schon richtig was los. Also da bin ich mal gespannt. Hier sind noch die Reste vom Osterfeuer. Ja, wir schauen uns das mal an. Stände sieht nicht so viel aus. Es ist auch noch, muss man dazu sagen, 6 Grad. Eben waren es noch 5, 6 Grad. Sonnenschein ja, aber es ist natürlich irrsinnig kalt und auch noch klamm. Aber wir gucken mal, was wird. Let's go. So, da die Reste vom Badewicker Osterfeuer. Ja, und so sieht der Parkplatz aus. Das ist übrigens nur eine Wiese. Da hinten ist noch eine zweite Wiese, das ist eine Straße. Dahinter kommt nochmal eine Wiese. Also auf jeden Fall wahnsinnig viele Autos, schon für die frühe Uhrzeit. Das kann man nicht anders sagen. Na ja, wir schauen uns mal an, was wir so geben, ne? Wappen heißt das, Wappen. Alter Marketingfuchs, Logo. Ja, genau. 2000 Jahre alte Logo. Was nehmen Sie für die DVD? Würde ich direkt die Vier hier mal mitnehmen. Vorgänger der Dada-Bahn hier. Die Dada-Bahn hier. Ja. Entschuldigung, was soll das kosten? 30 Euro. 20? 30. 30? Ich glaube, das ist mal ein bisschen... Wie bitte? Ich hätte jetzt so 15 gedacht. Das ist mir so eine 20. Das geht's mir wieder. Ja, das stimmt. Komm mal, mein Zwanni, ist in Ordnung. Sehr, vielen Dank. Das ist meiner auch weiß und das ist rot. Okay. Das ist 90. Was soll das Neinhorn kosten? 2 Euro bitte. So, dann habe ich Stülpen, die Jacke und die Mütze. Richtig süß. Was kosten denn Ihre Oberteile, wie ich schon mal dabei bin? Das ist Wolle, Weide und auch 2 Euro. Und das wahrscheinlich dann auch 2 Euro? Ja. Wenn ich beide nehme, 3? Okay. Dankeschön. Okay. Das ist dann. Ja, ich sehe gerade. Was wollen Sie denn dafür haben? Die ganze Kiste können Sie auch kaufen. 6 Euro. Die ganze Kiste? Die ganze Kiste. 5 Euro. 5 Euro. Ja? Dann machen wir das. Dann habe ich nämlich direkt was, wo ich das tragen kann. Das ist ganz toll eigentlich. Ja. 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 Hier. Klassiker. Ja. 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 Das ist sozusagen Transformer. Du kannst also diese Tüte Bommes zu einem Dino transformieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass allein dieses Teil, nämlich aus sehr gutem Zustand, diese ganze Kiste bezahlt. mindestens. Und da ist noch einiges mehr drin, vielleicht noch ein paar coole Sachen, muss ich mir mal in Ruhe angucken, aber das war ganz geil. So, let's go. Weiter geht's. So, let's go. Was nehmen Sie hier für diese Tüte? Wie war das? Tüte 10 Euro. Machen wir acht? Tut mir leid. Hast du einen Auftrag gekriegt? Ja, ja. Vom Sohnemann schätze ich mal, oder? Nee, vom Boots nicht jetzt. Bitteschön. Gebe ich Ihnen die mal rum, ne? Danke sehr. Danke auch. Tim? Für diese eigene Serie. Tim? Tim, pack mal bitte, wenn man so lebt, mach mal bitte in meine Hand. Sieht so aus, als hättet ihr die zusammengesucht, dass das vollständig ist wahrscheinlich, ne? Nee, die waren aufgebaut, dann haben wir sie abzugrafiert und da reingetan in die Tüte, damit keine Teile eben wegkommen. Was, was habt ihr da preisvollständig, was das hier zum Beispiel kosten soll? 30. 30. Ja, ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist nicht richtig. Noch viel Erfolg. Danke. Ich hab's hier noch, hier noch. Moin. 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 Und was soll das kosten hier? Wir nehmen 40? 45. Ja, machen wir. Das wäre auf jeden Fall cool. Allein der Thanos komplett mit dem Infinity Handschuhe mit allen Steinen drin, Ironman MK50, so wie das aussieht, diese Tüte ist schon Gewinnzone, hier sind noch geile Minifiguren dabei, mega. Die kennen wir schon, die Kanone. 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 Was kostet sowas? Bietiger mit 200,70 €. Okay, und ist das so ein Dekostück jetzt erfahrungsgemäß bei den Leuten oder wird das noch benutzt? Das ist ein Oldtimer. Der eine stellt sich hin, der andere sagt, für den Garten stellen ist es zu schade, dann verrostet das. Das würde ich jetzt auch sagen, na ja. Und der dritte, der überholt das wieder ganz und macht da ein neues Fahrrad von. Mit Originalfarben, alles drauf. Aber diese Kette, gab es das schon? Die Kette ist nicht original. Wollte ich gerade sagen, die sieht nämlich recht neu aus. Die fehlte da. Da habe ich vom Fahrradheldner eine gebrauchte Kette gekauft, weil eine neue Kette sieht auch scheiße aus. Aber wahrscheinlich musst du auch erst mal finden aus der Epoche, ne? Ja, schön da drin. Wahnsinnig schön, also schöne Sachen haben sie hier. Schöne alte Bügelstation. Ja. Kam wahrscheinlich unten Kohle rein oder sowas? Ja. Da kam Kohle drin. Und da konnten die Mädels aber. Das haben ja früher meistens noch die Frauen gemacht. Ja, ja. Das ist ein Industrieding, ne? Klar. Cool. Mega gut. Ja. Wahnsinnig schön. Vielen Dank. So, wie kommen wir jetzt hier durch? Gar nicht. Als ich hier durchfache. Hier geht's mal hier. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Oh, danke. Oh, danke. Ich habe ja irgendwo für einen 10er so einen Sack Lego gekauft, so eine Lego-Tüte. Da waren es so ungefähr 2,5, ja ich schätze mal so 2,5 Kilo, hauptsächlich Bionicle, aber eben auch ein paar Teile drin. Ich habe auch einen Nicht-Lego-Teil gefunden, so einen Stein, der halt nichts mit Lego zu tun hatte, was mich fast dazu verleitet hat, den Sack da zu lassen, aber ein 10er für 2,5 Kilo. Vielleicht ist da irgendwie eine seltene Bionicle-Maske dabei oder vielleicht, weil es halt auch ein paar Standard-Lego-Teile drin waren, weiter unten. Vielleicht noch die eine oder andere Minifigur, die einen überraschen könnte oder so. Also eine kleine Wundertüte für einen 10er. So und jetzt kommt es zum Punkt, ich habe keine Ahnung, wo ich das gelassen habe. Ich habe die Tüte ja bezahlt und dann noch da gelassen und ich habe einfach vergessen, wo das war. Das heißt, ich gehe jetzt zum Auto und dann gucke ich mir das hier nochmal an und dann hoffe ich, dass ich zurück rechnen kann, wo ich das Ganze dann gelassen habe. Auf jeden Fall, witzige Geschichte schon wieder. Menschenskinder, ich habe noch keinen Kaffee gehabt. So, Leute, kurzer Nachtrag. Es gab ein Happy End anhand oder Mithilfe der Videoaufzeitung, habe ich es gefunden. Ich muss auch nochmal revidieren, das sind eher so 3 bis 4 Kilo. Das ist wirklich schwer, ihr seht es auch hier oben. Die Tüte hält das kaum. Also es ist echt eine Menge drin. Der Grund, warum ich es gekauft habe, ist klar, es kann immer sein, hier sind auch Sachen drin, die nicht Lego sind. Hier sind so ein Lustnippel hier von irgendeinem Sexspielzeug. Was weiß ich nicht? Und Haare und so alles. Aber das ist eine reine Wundertüte. Hier können natürlich Masken drin sein, die potenziell sehr, sehr viel wert sind. Und ich habe auch gesehen, unten sind eben auch noch so Standard-Legoteile. Vielleicht noch die eine oder andere Minifigur. Das mache ich mal in Ruhe, schaue ich mir mal an auf jeden Fall. Im Endeffekt sind es auch noch ein paar Kilo Lego, die man ja auch immer noch unter ein Konvolut mischen kann. Für den 10er, also wahnsinnig gut. Der Rest auch sehr gut, ich bin recht zufrieden. Man merkt, es wird wärmer, es wird immer besser. Und dass man das Ding hier vor der Haustür hat, ist natürlich auch geil. Also Badovic lohnt sich auf jeden Fall. Geiler Flohmarkt. Muss man anscheinend ein bisschen früher aufstehen, um da gute Sachen zu bekommen. 7 war für mich jetzt schon hardcore nach 4,5 Stunden Schlaf. Aber Fazit, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Macht's gut.